Ja, ein bisschen skurriler Titel zum Thema Tempo- und Verkehrsinfrastruktur und wie es sich für die christliche Grüne Union Deutschlands gehört. Da darf das Wort Klimaschutz und irgendwie sowas nicht fehlen. Ansonsten wird die aktuelle Debatte vom grünen Koalitionspartner wahrscheinlich nicht abgesegnet. Ja, wo Sie Tempo machen, das kann ich nicht erkennen, außer dass Sie etwas mehr Geld laut Haushaltsplan in Fahrradwege investieren. Zur Erklärung, das sind die Wege, die 365 Tage im Jahr versiegelt sind, aber nur wenige Monate im Jahr wetterbedingt nutzbar sind. Und deswegen haben ja auch Fahrradwege keine Kosten-Nutzen-Rechnung oder es gibt da keinen Faktor. Der wird irgendwo, wenn man ihn ausrechnen würde, wahrscheinlich bei 0 oder 0,0 sein, also keinen Effekt auf irgendetwas. Es ist ja ganz nett, das ein oder andere Dorf mit einem Fahrradweg zu verbinden. Wir von der AfD-Fraktion, wir sind keine Gegner von Fahrradwege, damit die Familie sonntags einen netten Ausflug machen kann. Das ist ja ganz nett, aber einen positiven Effekt auf Wirtschaft, auf das Verkehrsaufkommen, auf die Effizienz hat es eben nicht. Aber in Fahrradwege, da wird mehr Geld investiert als im vorangegangenen Jahr und für den Erhalt des Straßenausbaus, bleibt das Budget gleich in 2023 und 2024. Wenn man die Inflation berücksichtigt, 10 Prozent sogar effektiv weniger. Das heißt, im steigenden Verkehrsaufkommen und die immer höhere Anzahl an Fahrzeugen, 2022 wurden wieder mehr Fahrzeuge zugelassen als 2021, wird also auf unseren Straßen nicht Rechnung getragen. Und in der Zeit, in dem Verkehrsminister Herrmann einen Fahrradweg plant und baut, bauen die Chinesen drei weitere Autobahnringe um Peking herum. Und das Thema Klimaschutz, und das ist jetzt der Punkt, die nächste Blendgranate, die Sie werfen, Klimaschutz, kann man mittlerweile folgendermaßen übersetzen. Deindustrialisierung, Arbeitsplatzabbau, Wohlstandsvernichtung und dementsprechende Schieflage unserer sozialen Struktur und dadurch wieder keine Finanzierung oder schwierige Finanzierung unseres Sozialsystems möglich. Obwohl wir natürlich das Sozialsystem dringend benötigen, Sie laden ja die halbe Welt dazu ein, davon zu profitieren. Also egal auch, was wir hier in Deutschland tun und wenn wir morgen in Höhlen leben und den Traum der Grünen leben, hat das keinerlei Effekt auf das Klima in der Welt. Und wer mit Beschlüssen, die bei CDU, dafür sorgt, dass das Kernkraftwerk Neckar-Westheim, wir haben es gestern gehört und eine aktuelle Debatte dazu gehabt, abgeschaltet wird, welches 24 Stunden sieben CO2-neutralen Strom erzeugt und gleichzeitig aber Kohlemeiler ans Netz bringen, mit Kohle aus Südafrika damit Strom erzeugen, der sollte das Wort Klimaschutz nicht mehr in den Mund nehmen. Diejenigen, die sich als Grün- und Umweltschützer bezeichnen, und ich erwähne es immer wieder, das sind die größten Umweltvernichter, nachweislich und mit Zahlen belegbar. Würde man Neckar-Westheim 1 oder Neckar-Westheim weiterlaufen lassen, könnten wir unsere Verbrennerfahrzeuge bis ins Jahr 2100 noch weiterfahren und unsere CO2-Bilanz wäre immer noch besser als jetzt. Und, liebe CDU, Sie können mit einem grünen Verkehrsminister nicht für eine effektive Verkehrsinfrastruktur sorgen, weil sich das ja schon widerspricht. Wir müssen ja immer wieder, Herr Minister Herrmann, daran erinnern, dass das Auto, und wir haben es ja auch schon von der FDP gehört, dass das Auto eben das beste Verkehrsmittel ist und von den Bürgern ja auch gewollt. Dafür sprechen alle Zahlen. Die steigenden Zahlen der Neuzulassungen, aber auch die Zahlen im ÖPNV sprechen dafür. Die sind stagnierend oder sinkend. Seien wir ehrlich, jeder ist froh, wenn er nicht angewiesen ist auf den ÖPNV oder ihn nutzen muss. Und ich habe es ja schon mal angesprochen und ich wundere mich immer wieder, der ÖPNV und der ÖPNV soll ausgebaut werden und genutzt werden. Können Sie mir mal erklären, warum immer an Plenumstagen die Landtagstiefgarage voller Autos steht mit Ihren Autos? Das ist häuglerisch. Fazit, Herr Minister Herrmann, der macht eine Politik gegen die Bürger. Und Sie als grüne Union Deutschlands haben es nicht mal durchgesetzt bekommen, dass er einen CDU-Staatssekretär an seine Seite bekommt. Das ist Frau Staatssekretärin Zimmer, die wohl, soweit ich mitbekommen habe, kein Auto besitzt. Und dann ist interessant, was passiert 2026, wenn Sie dann mit den Grünen nicht nur koalieren, wahrscheinlich fusionieren. Weil das ist ja keine Differenz mehr. Das ist ja keine Differenz mehr. Wenn Sie dann als Verkehrsminister akzeptieren, ich weiß nicht, ob Herr Minister Herrmann noch mal kandidiert oder Interesse hat, ein Ministeramt. Aber vielleicht akzeptieren Sie auch den Fahrrad- und fußpolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion, Herr Katzenstein. Und ich sage Ihnen, was er im ersten Amtsjahr macht aus der A8 und A81, den Fahrradweg. Das sage ich Ihnen zum Thema Verkehrsinfrastruktur. Was wir also brauchen, sind effektive Maßnahmen, um den steigenden Warenverkehr, das wurde ja heute auch angesprochen, und das steigende Verkehrsaufkommen durch immer mehr Fahrzeuge aufzufangen und zu verbessern. Also nicht dagegen ankämpfen, bloß weil es die grüne Ideologie vorgibt. Nein, mit den Menschen, mit den Bürgern und mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Zum Beispiel Digitalisierung im Straßenverkehr, zum Beispiel bei den Ampelschaltungen. Es kann doch nicht wahr sein, dass Autofahrer im Jahr 2023 an einer Kreuzung alleine vor einer roten Ampel stehen. Diese muss, bevor ich die Ampel erreiche, auf grün schalten. Diese Digitalisierung ist einfach umzusetzen. Das schützt das Klima, das schützt wirklich das Klima. Nein, nicht alle, nur wenn es natürlich möglich ist. Ja gut, dass Sie keine Ahnung haben, Herr Ledeabal. Herr Ledeabal, es tut mir echt leid, aber wie immer halt völliger Quatsch aus Ihrem Mund. Maske nicht. Herr Kollege Klaus, ich darf Sie einfach daran erinnern, dass Sie auch hier im Parlament eine dem Parlament angemessene Sprache und Wortwahl verwenden. Man könnte auch mal untersuchen, wo man Ampeln abbauen könnte und zum Beispiel durch Kreisverkehr ersetzen könnte. Das machen viele Kommunen. Viele Ampeln sind ja nur dazu da, um Staus zu produzieren. Vielleicht kennen Sie das Beispiel aus Böblingen vor vielen Jahren. Feierabendverkehr, die Stadt war komplett zu. Es ging nichts mehr voran. Und ein Stromausfall bei den Ampeln hat dann dafür gesorgt, dass Böblingen innerhalb von Minuten staufrei war. Es war ein großer Bericht auch in der Zeitung und alle wunderten sich. Es hat auch da gezählt, wie im richtigen Leben rechts vor links ist halt doch die bessere Wahl. Aber bis heute hat man daraus leider keine Ergebnisse gezogen oder gehandelt. Transportkapazitäten ausbauen auf den Straßen, das heißt zulassen von allen Lang-Lkw-Typen, diesen AfD-Antrag, der auch hier bald ins Plenum kommt, und dort die Strecke freigeben, wo es technisch möglich ist. Und zwar für alle Lang-Lkw-Typen und alle Strecken freigeben, wo es möglich ist. Und nicht immer nur häppchenweise mit unzähligen Verordnungen. Und effektive Verbindungen, das steht ja auch im Titel der aktuellen Debatte, da fällt mir der Vertrag von Lugano ein, ein Vertrag von 1996, der den Ausbau der Schienenverbindung Karlsruhe-Basel ermöglichen soll. Er wurde ja auch gerade eben angesprochen. Die Schweizer haben ihre Aufgabe erfüllt, Deutschland hat es nicht geschafft. Und die Strecke wird erst auf der deutschen Seite vollständig nach dem Jahr 2040 fertig sein, Teilstücke 2025. Und dazu möchte ich den Transportunternehmer und SVP-Nationalrat, Herr Gietzenlander, zitieren, der nach einem Treffen mit der deutschen Delegation und den Ausbauplänen Folgendes gesagt hat. Deutschland können wir nicht beeinflussen, wir können nur zusehen, wie unfähig sie sind. Und damit hat er perfekt ihre Politik beschrieben. Vielen Dank.